Dankeschön für das Herz. Puste mal ins Mikro. Mein Mikro ist unten, glaube ich. Ich puste oben rein, Junge. Ich glaube, das Mikro ist unten. Komm, ich mache euch ASMR-Geräusche. Gute Nacht, Leute. ASMR. ASMR. Leute, das ist Spaß. Chillt mal. Ich mag Geld-Geräusche. Kannst du die 500 rausholen? Uh, das ist ein Batzen. Das wird klatschen. Das... Nein, Spaß. Wir machen jetzt ein Dyson ASMR. Okay, reicht, Leute. Oh, eine Sache würde ich aber nur machen. Hältst du das gut an? Ja. Ja. Ich habe noch eine Plastikfolie mit Luft drin. Ey, ich habe noch eine Plastikfolie. Da war mein Fernseher eingepackt. Da war auch so eine Riesenfolie. Die kann man bestimmt zerquetschen. Aber ich glaube, ich brauche die noch. Weil... Wie viel soll der Fernseher? 75. Ich will nichts Dummes jetzt hören. Ich schwöre dir. Das sagt einfach nichts. Besser ist. Aber der ist tatsächlich neu. Also der steht erst seit gestern. Deswegen, die Verpackung steht noch im Wohnzimmer. Okay. Was ist das denn? Wie... System. das ist so laut aber keiner ich dachte ich muss das klasse mehr ich habe einfach diese schatztruhe verpasst wieso hat keiner was gesagt ich wollte die öffnen jetzt habe ich sogar bis 5 uhr gemacht könnt ihr mir sagen was ihr wollt ehrenhaft von mir nein dieses lied singen wir nicht ich gucke jetzt die ganze zeit auf meine uhr bis wir fünf uhr haben genau um fünf uhr fünf uhr keine fragen mehr stop it ich wünsche euch allen eine gute nacht schlaft schön jetzt mit meiner tochter kuscheln weil die wird jetzt glaube ich wach dann kriegt sie eine flasche und dann gehen wir schlafen also muss ein video schneiden ja ich kuschel mich jetzt ins bett mit meiner tochter und dann schneide ich ein video und dann schlafen dann